Hallo und herzlich willkommen zu Daisy Stanley und ich bin's, der Dweeb und wir befinden uns hier, Kamenka, neue Military Base und hier ist grad ziemlich viel los, also hier wird alles geschossen durchgehend, ich hab mich ein bisschen stark gequippt, sagen wir so, paar Granaten dabei sind... Zwei, drei Stück, ähm, momentan das neue Update 055 ist ziemlich buggy, deswegen spawnt überall so, also nicht viel Loot, aber auch zum Teil krasser Loot und, naja, die, die ich spielen, die werden sich, die werden sich damit wahrscheinlich schon auseinandergesetzt haben und es kennen. Wie gesagt, da wurden eben, ja, schon wieder einige Schüsse, oh, 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 was das für Schüsse, oh, nee, 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 irgendwie neue Waffe, oder? Könnte sein, auf jeden Fall werd ich mal so ein bisschen umrunden, ich hab nämlich nicht vor, direkt zu sterben mit dem geilen Zeug, auch ein Ghillie gefarmt, alles schön beieinander, ist momentan ziemlich schwer, den hatte ich aber schon letztes Update, deswegen, also mal gucken, was uns da erwartet. Also wahrscheinlich mehr Action diese Folge, haha, schöne Gegend auch hier oben, ich find das immer sehr faszinierend, hier war ich jetzt zum dritten Mal, bin ich jetzt hier und diese Gegend fasziniert mich immer mehr, aber wie gesagt, mal gucken, wo sich hier was abspielt, da drüben ist ja auch so, 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 so ein Gefängnis noch und so, so zwei Gebäude und ich denk, da kamen die Schüsse her, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob sie wirklich da in den Gebäuden sind. Momentan noch leider ein bisschen erkältet, hoffe ich, das ist nicht allzu schlimm. Das bis jetzt kann ich noch nicht sehen. Hier eine Straße, muss ich kurz mal was essen, ich bin nämlich durchgehend am Rennen, wo war das, da war das, nein, das war da. Und dann geht's los, dann geht's heute. Ja, also die Schüsse kommen ganz sicher von hier unten, irgendwo. Wenn die nicht von hier kommen, dann fress ich einen Besen. Ne, machen wir das so. Okay, da unten ist wenig zu sehen, da unten ist ne. Ne, wow. Wow. Ja, da unten ist auch schon einer. Mal gucken, ob ich ihn getroffen hab. Das sind mehr schon. Larenda. Verdammt! Die Schüsse ganz nah. Da oben waren ja auch PM-Schüsse, diese neue Waffe, diese russische Waffe da. M4 wieder. Waren irgendwo PM-Schüsse. Aber. Oh, explodiert's? Okay. Shit. 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 Okay, das hört sich von da drüben an. Dann umlaufe ich noch ein bisschen mehr. Versuch diese zu holen. Also, einiges was hier abgeht. Hätte ich nicht gedacht, wirklich. Ist aber auch ein voller Server, von daher kann man mal... Auch was hier los sein. Oh shit. Zombies muss man jetzt erschießen. Und hat da gar keine andere Wahl mehr. Die sind strong as fuck. Nichts mit dem Update, deswegen nur eine kleine... Kleine Erklärung. What the fuck. Da hinten ist aber schon out of map. Also, mal ein bisschen wieder näher ans Geschehen heran. Wow. Wow. Sooo. Noch mal ne Granat. Oh, oh. Oh. Den hole ich mir. Verrende noch. Den holen wir uns. Rennt er noch weiter gut. Oh. Ja, ja. 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 Warum habe ich keinen getötet? Äh, getötet mit der Granate. Bisschen weiter weg erstmal gehen. Jetzt haben wir alle Granaten. Hier ist einer. Ja. Ja, zwei sogar. Anon Entity. Okay. Und hier? Anon Entity. Hm. Okay. Hide Body. Also zwei Leichen haben wir schon mal auf dem Gewissen. Oder zwei Leute. Das ist nice. Wir holen uns natürlich noch mehr. Beziehungsweise, ich möchte noch mehr holen. Kann ich nicht hike Body? Und shit. Was ist der auch? Nee, die brauche ich nicht. Was ist denn hier in dem... Nee. Da vorne liegt wieder was. Ich hoffe, diesmal trifft die Granate. Shit. Okay. Ja. Der, der sich ca... Ja. lav So, letzte, letzte Granate, so, dann rush ich mal, zwei zähle ich hier, so, dann ziehe ich keinen, ich habe auch, glaube ich, nur zwei Rennen sehen, Lock war, oh, nein, okay, Anony Entity, okay, kurz gucken, was die für Waffen hatten, M4, PM Rack, okay, hey, hi, buddy, sie sollen ja ihr Gier nicht wiederbekommen, beziehungsweise andere nicht, ich glaube, das war die ganze Action, die jetzt hier so zum größten Teil, oder? Also jetzt mehr, mehr Shot, äh, mehr Action, äh, mehr, 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 ihr wisst schon, Granate Action als eigentlich irgendwie mit M4 oder so, Ah, nice, 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 die nehmen wir uns doch, die auch, ebenfalls, Hohet in Frieden, meine Freunde, Hohet in Frieden, Gut, ein neues 60er Magazin habe ich bekommen von ihm, Ansonsten nichts Interessantes, aber ich will ja auch nichts looten, wie gesagt, fighten ist meine Devise, Also jetzt noch, wow, 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 das ist ja offenes Feld, wo ich hier hinwende gerade, das will ich natürlich nicht, Vor allem da unten waren ja noch, gerade eine Explosion, also eine Granate habe ich wieder gut gemacht, kann ich damit wieder töten, das ist nice, Mal gucken, ob sich hier noch was tummelt, äh, tummelt, ungeziefer denn da unten war ja schon wieder eine granate hier ist auch ein bunker oder sonstiges mal gucken ob da jemand der na wobei eine leiter kletter ich im fight nicht runter auch wenn ich nicht weiß ob da jemand ist beziehungsweise selbst wenn ich weiß dass da jemand ist scheinlich so so dann heißt es erstmal kurz warten übersicht gewinnen und dann geht's weiter beziehungsweise meinen typ muss ich auch erstmal erholen wenn man sich irgendwie morphine spritzt oder müsste das dort theoretisch gehen ich probiere es mal ich weiß nicht ob man dadurch krank werden kann wenn ja habe ich zum habe ich ziemlich pech wenn nein dann habe ich guten aim jetzt und habe ich naja guter aim geht oh shit ich weiß nicht ob es jetzt von links kam oder von rechts also von berg hoch also über mir oder unter mir oh 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 oder habe ich ihn jetzt noch anfangen jetzt ist er tot also nächster Upsa Black nein Standbild der Bestandbild what the fuck okay so jetzt geht's wieder puh das waren gerade Legs of Doom die dürfen mir nicht passieren vor allem nicht in so einer Fight-Szene gerade aber puh wir haben ihn bekommen nein jetzt schon wieder es gibt es nicht es gibt es nicht was ist da los das habe ich auch schon mal das sind DC-Bug also von meinem PC ist es nicht her ich habe nämlich noch eine Anzeige vom Desktop und da habe ich über 60 FPS gerade ich habe nicht das gerade los das ist mit DC ich sehe gerade wirklich nur in 1 FPS als 1 FPS 1 FPS das ändert sich nicht naja dann breche ich mal die Aufnahme lieber ab bevor ich noch sterbe irgendwie und vielleicht geht's gleich weiter ansonsten war es das für diese Folge ich hoffe ihr habt Spaß gehabt es waren ziemlich viel Action wie gesagt wenn es gleich wieder besser wird dann mache ich gleich weiter dann geht's es ist schön dann geht's da